CB Donnerstag KW4 2020, tierische Fakten über CBD, dass das Cannabinoid-CBD aus der Hanfpflanze für uns zwei beinahe ein paar äußerst nützliche Wirkungsweisen auf Lager hat, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Falls nicht, verweisen wir an dieser Stelle ganz unverbindlich auf die vergangenen CB Donnerstage, wo es einiges an Infos dazu gibt. Heute geht es aber darum, was CBD für die Vierbeiner bewirken kann. Ja, richtig gehört, CBD für Tiere. Wem jetzt dabei Videos wie Katzen Cannabis essen, durch den Kopf gehen, mag es getrost wieder vergessen. Tiere werden von CBD nicht high aufgrund des niedrigen THC-Gehalts von 0,2%. Und wie wir inzwischen alle wissen, aber nicht oft genug wiederholen können, dass THC der einzige Stoff der Hanfpflanze, der psychoaktiv wirksam ist. Aber viel wichtiger ist eigentlich die Tatsache, dass Tiere, das gilt für Säugetiere, Leichtiere und Fische, ein Endokannabinoid-System haben. Kurzer Exkurs zum Endokannabinoid-System. Damit sind die Rezeptoren im Körper gemeint, denen Cannabinoide andocken, um dort ihre Wirkung zu entfalten. Diese Rezeptoren sitzen in den Nervenzellen, viele davon im Gehirn, manche aber auch im Darm. Zu den dort andockenden Cannabinoiden gehören nicht nur die von außen zugeführten, sondern auch die körpereigenen, ja, auch wir produzieren Cannabinoide. Eine Tatsache, die eigentlich jedem Hanfgegner den Wind aus den Segel nehmen müsste. So können eben nicht nur wir Menschen CBD aufnehmen und verwerten, sondern auch Tiere. Was haben Tiere von CBD? Die meiste Erfahrung gibt es inzwischen mit Katzen, Hunden und Pferden. Auch im Webshop von Nordic Oil findest du CBD-Produkte speziell für dein Haustier. Nur, was hat dein Tier davon, wenn es CBD-Öl und das Futter gemischt oder CBD-Leckerlis als Belohnung bekommt? Eine ganze Menge. CBD reduziert auch bei Tieren Angst und Stress, es beruhigt und entspannt, es lindert chronische und altersbedingte Schmerzen, gut für die Verdauung, wirkt kampflösend. Was besonders bei Hunden mit Epilepsie von Bedeutung sein kann, lindert Schlafstörungen, hilft bei Haut- und Fellproblemen, lindert Juckreiz, fördert Wundheilung. Es muss jedoch nicht zwangsläufig ein Symptom oder eine Krankheit der Grund für die CBD-Einnahme sein, es verbessert auch das allgemeine Wohlbefinden und stärkt das Immunsystem. Wenn dein Tier bereits erkrankt ist und oder Medikamente einnehmen muss, besprichst du die CBD-Gabel am besten mit dem Tierarzt, Tierarztbesuch, Umzüge, lange Autofahrten, Dressbohr für viele Tiere. Wenn du selbst ein Haustier hast, kennst du es wahrscheinlich, die Katze sieht den Transportkorb und verschwindet auf Nimmerwiedersehen, weil sie weiß, dass ein Ortswechsel ansteht, der ihr höchstwahrscheinlich nicht behakt, dass du sie dann letztlich doch irgendwie in den Käfig buxiert und sie ins Auto verfrachtet, nachdem sie vorher noch deine Arme mit Krallenautogrammen verziert hat, schreit und miaut die Katze womöglich die ganze Fahrt lang erbärmlich. Oder du hast einen Hund, der dir mit seinen knapp 50 Kilogramm Körpergewicht durchaus zeigt, welche Richtung beim Gassigehen er bevorzugt, aber zu Silvester wird er zu einem winselnden Bündelangst, weil er Böller hast. Solche Situationen sind purer Stress für dein Tier und natürlich auch für dich. CBD kann deinem Tier auf natürliche Art und Weise helfen, dich zu entspannen und zu beruhigen. Auch auf körperliche Schmerzen kann sich die Einnahme von CBD durchaus positiv auswirken, sowohl bei akuten Schmerzen als auch bei alters- bzw. degenerationsbedingten Schmerzen. Außerdem ist inzwischen bekannt und bewiesen, dass CBD entzündungshemmend wirken. Das gilt natürlich auch für dein Tier. Verdauungsprobleme lindern mit CBD Verdauungsstörungen bei Tieren können vielfältige Ursachen haben, bestimmte Erkrankungen, aber auch Medikamente, Stress oder Angst können Übelkeit und Erbrechen verursachen. Kommt dies häufiger vor, kann dies zu Gewichtsverlust, Austrocknung und Müdigkeit führen. CBD kann dabei helfen, den Brechreiz zu unterdrücken und Übelkeit zu lindern. Interessant besonders beim Einsatz gegen Übelkeit ist dabei auch die Vorstufe von CBD, das sogenannte KDA, von dem durch mehrere Studien inzwischen bekannt ist, dass es extra wirksam bei Übelkeit und Erbrechen ist. Wenn in einem CBD-Öl nur isoliertes CBD enthalten ist, fehlt das KDA allerdings. In diesem Fall ist der Kauf eines CBD-Vollspektrum-Öls sinnvoll, in dem außer CBD und KDA auch andere Cannabinoide enthalten sind. Intensität und Häufigkeit von epileptischen Anfällen verringern mit CBD. Bei Menschen wird bei der Behandlung von Epilepsie bereits auf CBD zurückgegriffen, da es sich als natürliches Antikonvulsivum bewährt hat. Auch bei Hunden kommen Epilepsie-Erkrankungen gar nicht selten vor, oftmals weiß man nicht, was der Auslöser für die Anfälle ist, idiopathische Epilepsie. Bestimmte Rassen sind besonders anfällig für diese Erkrankung, dazu zählen Golden Retriever und Labrador, Schäferhund, Boxer, Bartle und Spaniel. Auf keinen Fall wollen wir dir jetzt sagen, verpass deinem Epilepsie-Krankenhund ein wenig CBD und alles wird gut. Klar ist, dass eine solche Erkrankung vom Tierarzt diagnostiziert und behandelt gehört, schließlich können auch Tumore oder Vergiftungen ursächlich sein für Anfälle, symptomatische Epilepsie, konnte der Tierarzt aber eine behandlungsbedürftige Erkrankung ausschließen und es liegt eine Epilepsie vor, deren Grund unbekannt ist, so kann die Zugabe von CBD zum Futter eine Senkung der Anfallshäufigkeit bewirken. Die Anfälle können leichter werden und das Tier beruhigt sich anschließend schneller, die richtige Dosierung finden. CBD ist absolut ungefährlich für dein Tier, es wird weder abhängig noch high. Vom psychoaktiven THC kann man das nicht behaupten, der Organismus von Tieren reagiert sehr empfindlich darauf, achte also unbedingt drauf, dass das CBD-Öl für dein Tier aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt, und der THC-Gehalt nicht höher als bei den erlaubten 0,2% liegt. Eine Überdosis an CBD mit gefährlichen Auswirkungen ist praktisch nicht möglich. Ein Zeichen dafür, dass die verabreichte Dosis zu hoch ist, können sein, Mundtrockenheit, Schläfrigkeit, Durchfall, mehr Appetit. Deshalb haltet ihr es mit Dosierung am besten wie bei Menschen, klein beginnen und langsam steigern. Für ein Tier reicht anfangs eine Konzentration des CBD-Öls zwischen 2 und 5%, davon mischst du 1 bis 2 Tropfen unter das Futter. Teste diese Menge über mehrere Tage, wenn notwendig, kannst du die Gabe noch steigern. Für Hunde reichen üblicherweise 2 Tropfen pro 5 kg Körpergewicht, bei Katzen genügt ein Tropfen, wenn Fragen, Zweifel oder sonstige Unklarheiten bestehen, setzt euch mit dem Tierarzt in Verbindung.